Hallo zusammen, ich heisse Gabi und arbeite als Fachfrau betreue Kinder bei der Kita KSA in Wettlius. Das ist die Personalkita vom Kantonsspital Aarau. Heute möchte ich euch mal meinen Berufsaustag zeigen und was ich den ganzen Tag alles erlebe. Also, kommt doch mal mit! Als Fachfrau betreue Kinder betreue ich, bilde ich und erziehe ich Kinder im Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren. Darum sind Zeit, Geduld und Wertschätzung sowie eine anregende Umgebung wertvolle Schlüssel, die zu einer positiven Entwicklung der Kinder beitragen. Und das muss immer unser Ziel sein. Darum solltest du Eigenschaften wie Flexibilität, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Mein Beruf gefällt mir, dass es jeden Tag anders ist. Herausfordernd finde ich, sich immer wieder auf neue Situationen einzulassen. Wenn du dich dafür interessierst, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu betreuen und zu erziehen und dir die Arbeit im Team Spass macht, dann bewirre dich jetzt bei uns. Denn wir suchen Menschen mit Herz. Tschüss zusammen! Tschüss. Sch sao? Vielen Dank.